3, 2, 1, drop it! 14, 85 x 10 Packs, wir schauen ob sie gönnen und was wir daraus ziehen, wie gesagt aus diesen Packs wird dann so oder so mein Endteam entstehen, weil wir aus dem Packs auf jeden Fall bestimmt die ein oder anderen geileren Karten ziehen, als wir jetzt aktuell im Team haben, aber dazu in einem extra Video mehr, aber ich würde sagen, gönn euch das Video, sehr sehr geil geworden, Abfahrt! Ja, wie gesagt, wir werden jetzt paar 85 x 10 Grinden, wie gesagt, ich werde das Ganze ins Best Open rein, in meiner ganzen Packs, meiner besten Packs in diesem FIFA, wir starten im ersten Packs mit einem Tots, und zwar mit Keylor Navas, also ich versuche, die Spieler, die ich nicht brauche, gebe ich wieder ab, um mir Packs zu ergraften, bis wir halt irgendwas krasses, den Keylor Navas, 84er dahinter, kann so viel geiles sein, Tja, ne ja, vielleicht haben wir auch mal wieder mal gucken, wie unser Verein, irgendwann wird der E-Lehrer sein, deswegen einfach mal gucken, wie weit es geht, bis wohin wir kommen, aber wir ziehen erstmal hier weiter, Tots, und zwar Engert, Stürmer, Jamie Vardy, 94er, wieder Jamie Vardy, 94er, ist halt geil, Vielleicht diesmal mehr als Wäschekarten dahinter, und wie! Come on, man, Stürmer, Jamie Vardy, 94er, động Tots, und zwar dem, wie noch immer auch immer, Ab Ohhhhhhh! Ohhhh! What the f***? Was ist das? Ohhhhhhh! Chat, Track, 4! Digger, Henrik! Ich habe es gesehen Chat, deswegen mache ich es! Aber sie gönnen, also wenn ihr es selber macht, macht es! Es gönnt, es lohnt sich! Und Oblak! Abfahrt! 96er Oblak! Abfahrt! Und ich spüre, dass dahinter noch was gehalten ist! So, hat Nummer 2 gemacht! Duplikate haben wir abgegeben! Mal gucken, was jetzt so kommt! Also ich sage so! Bisher hatten sie ja eigentlich sehr, sehr geil gegönnt! Muss ich sagen! Zinientuz! Brasil jetzt! Ziv, Vita, Marquinhos und Vita, Kämlin abgeben! 390er! Marquinhos! Den Zivius kloppt man dieses Jahr zum 5. Hüften! Man weiß es nicht! Aber dahinter kann was geiles sein! Spin und Solo! So! So! Der Grind geht weiter! Nächstes Pack! Nächstes Pack! Ich hab' mal Bock'n Toti! Oder FOF Summerstar! Workout Tots! Oblak! Wie zieht der Rated Spieler? Muss man sagen! 36er Jan Oblak! 96er Jan Oblak! Und chill'n wir dahinter! Ich hab' ihn rein! Ich hab' gesagt, Chat! Ich will mal wieder einen Toti oder einen FOF Summerstar! Sehen! Und es wird wieder ein Tots! Aber jetzt gönn' mal'n Neymar! Gönn' jetzt mal'n Neymar! Och! Gönn' ihn doch! Mann! Mann! Gönn' ihn doch einfach! Sei einfach mein Gönnerlaune! Gönn' ihn doch mal! Ah dahinter wird wieder was geiles sein! Und wir wieder zwei und aus denen grinden und grinden wird! Chat! Es macht einfach so viel Laune grad' diese Packs zu öffnen! Besonders wieder Workout! Diesmal wieder ein Tots! Und jetzt gönn' doch mal'n Grog'n! Niederlande M.O.S. Depay! Helfemarie Lekomeo! 95er Depay! Was? Digga! Was? Da ist so... Können so viel geiles Zeug noch dahinter sein! Oh! Aleandro! Bruder! Was ist das? Digga! Die gönnen ja anders! Aleandro! Aleandro! es wären und es werden die letzten zwei sagen die wir jetzt hier und stream öffnen wir uns im video öffnen die rest werden die aus dem zusammengeschnitten bester vom stream sehen also könnt euch gerne darauf gefasst machen wieder ist es nur ein trotz aber es kann was geil wenn italien lm mit singen und den aber schon duplikat das heißt wir machen die rutschen und fertig weiter geht's es ist wackelt wackelt italien lm die zehn die so zb 2 mache ich noch das heißt das und das nächste mache und öffne ich auch noch den rest werdet ihr in einem anderen teil sehen wir ziehen erst mal wieder einen trotz jetzt können wir was belgien ms und das ist ist driezo mens das das geil das 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 LECKOMIER OHHHHH LECKOMIER Hilfe Boel Lewandowski HÖR MIR AU ROPA LEWANDOWSKI LECKOMIER OH VENEZIOS JUNIOR HALT DEIN MAUL HALT DEIN FAKIN SCHEIISS MAUL So Chat Letztes Pack für dieses Video Gönnt es zum Abschluss nochmal? Ja oder nein Es wird nochmal ein Turz Es wird nochmal ERLE BRAUF HALLE JETZ GO Was bitte ist denn hier los? Und Dejong Völf Hoden Halleluja Fick meine Eierweb HALT DEIN MAUL Es ist Ende von FIFA Aber HALT 12K Juckt kein mehr Scheiß egal Dejong 10K Juckt kein mehr Phil Völf Hoden Kostet der 100K Erstaunlich Wijnaldum Abschluss Back Sorry ich bin grad irgendwie geil auf dem Weg Sorry Chat Aber egal Der Ende Letztes Zum Schluss Und es wird nochmal ein Turz Und jetzt kommt Polen Stürmer Robert Lewandowski Gewann meine Freunde Ich bin durch mit FIFA Danke Bist Schaut Raus mit diesem Spiel Ich bin absolut raus Ich bin absolut raus Ich bin absolut raus Ja das das wars von diesem Video Lasst weitere denn like da Abonnierze den Kanal Aktivierts markieren Schreibt zeige Heiden garantierter unter Was wir so demnächst noch für Videos sehen wollen, wie gesagt, SBB und Sprit to Glory Showdown mit den Roten Ochsen sind geplant. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Dann auf jeden Fall noch eine Club Tour von mir in FIFA 21. Was für geile Karten wir zum Ende haben. Die meisten werden wir eh aus diesem Liste aufsehen, aber unter anderem haben wir auch noch andere Sachen gezogen. Und als letztes dann noch mein Team. So könnte ich mir mein Team vorstellen in FIFA 22. Vielleicht übertreibe ich wieder ein bisschen. Letztes Jahr war es ja dann so, dass ich eigentlich komplett durch den ersten Workout alles über den Haufen geworfen habe. Mal sehen, ob es dieses Jahr genauso wird. Und vielleicht noch als fünftes Video eine Room Tour, wie das Ganze hier aussieht, was ich noch verändert habe, wie das ganze Setup jetzt hier aussieht. Und so ist eigentlich auch noch geplant, aber auf jeden Fall zwei von den Videos sind schon aufgenommen. Dann auf jeden Fall noch ein Best-Off von den 10x85 Plus-Woffeln im Stream mit Nils geöffnet hatten und mit Black Bull. Und ja, da hat die Off-Steam noch ein paar Icon-Pics drüber gemacht. Und ja, also drei Videos sind auf jeden Fall schon vorproduziert. Die anderen drei werden auf jeden Fall noch kommen. F1, mal gucken. Vielleicht werden wir ja noch mal streamen F1. Mal gucken, wird auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, wir sind jetzt, ich bin jetzt so langsam im Hype auf FIFA 22. Bald ist es ja soweit. Und ich würde sagen, ich bin raus. Aktiviert die Glocke, um nichts anderes mehr zu fassen. Ich würde sagen, ich bin raus. Macht's gut. Habt's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.